Ich wollte Ihnen nur Ihre Zeichnung zurückbringen. Gefällt sie dir nicht? Doch, sie gefällt mir. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst. Ich dachte schon, ich finde gar keinen mehr, der meine Geschichte hören will. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Was macht dieser Junge in der Wüste? Es war nie die Rede von Leben auf anderen Planeten. Ein Asteroid. Asteroid B612. Und der kleine Prinz, der liebte Sonnenuntergänge sehr. Sieh dir das an. Die Sterne sind aufgegangen. Hey, komm und spiel mit mir. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt. Aber wenn du mich zählst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wenn für mich der Zeitpunkt kommt, diesen Ort zu verlassen, dann muss ich allein gehen. Weißt du, wie man ein Flugzeug fliegt? Schneid dich an! Juhu! Ich weiß gar nicht, ob ich noch erwachsen werden will. Erwachsen werden ist nicht das Problem. Das Vergessen ist es. Aus dir wird mal eine wunderbare Erwachsene. Willkommen in Neverend! Bist du mutig, Peter? Ich versuch's. Ich versuch's.